Fühlst du dich in der heutigen digitalen Welt abgehängt und kennst dich nicht mit dem Computer aus? Dann bist du bei Computerwissen mit Chris genau richtig. Denn hier lernst du auf einfache Art und Weise, wie du mit dem Computer umgehst und keine Angst mehr davor haben musst. Ich bin Chris und seit über 10 Jahren in der IT tätig und habe für dich einen komplett kostenlosen Einsteigerkurs geschaffen, in dem ich dir mein für Anfänger aufbereitetes Wissen vermitteln werde. Abonniere doch direkt den Kanal und drücke auf die Glocke, denn dann wirst du automatisch erinnert, sobald eine neue Folge erscheint.